4, 3, 2, 1, Synchronisation OP. Warte, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Mach Digger, die Zeit läuft ab. Hallo YouTube, was geht mir? Okay, reicht das aber auch. Ich bin hier mit dem Slandy, voll so ein Bastard. Ja, moin Leute, Slandy ist hier für euch und heute bei Team Deathmatch war ich mit Killcraw. Das war süß. Und wir haben uns gedacht, wir machen eine Serie zusammen, weil wir so voll das krasse Paar sind und so. Und es geht einfach darum, dass wir halt uns zurückgesetzt haben und einen zweiten Account erstellt haben. Und wir werden jetzt bis Level 55 spielen und wer zum Schluss die besseren Stats hat gewinnt. Und der Verlierer musste eine Bestrafung machen, ich hab noch keine Ahnung was. Ich hab gehört Nuklearboost bei Nukraut. Wir laden nicht alle Runden hoch. Nur die lustigen. Ich sterbe so. und ich habe gar keine gar keine Hände ohne Aufsätze, Digga drei Kills gehen schon mal an mich, Digga das ist halt einfach nichts, Philipp oh Gott oh mein Gott, ich habe ja keine Hände ich habe keine Hände ohne Aufsätze, Digga wir sagen vielleicht etwas oft, Digga aber Digga, ich kriege richtig auf die Schnauze okay, ich stehe aber besser, ihr müsst wissen eigentlich sind wir voll die Schwitzer aber ich bin halt einer mehr das soll jetzt nicht heißen, dass wir jede Runde nuklear machen oder so, ich denke mal es gibt viele Runden, die wir nicht hochladen werden weil wir einfach zu schlecht sind ist das ja ist das doch broke? komm raus jetzt, komm raus ja, ich bin tot broke ey die haben aber auch so einen Schwitzer, Digga oh mein Gott, ich habe den Slide so gehört okay, wir müssen jetzt aufpassen, dass Slendy nicht besser wird scheiße, Mann sieht nicht gut aus für uns Jungs ich habe ihn gehört in Stelbe trotzdem die Kills holt er sich jetzt leider scheiße, ich habe klappt aber egal, Digga oh mein Gott ich habe eine Drohne gerissen ohne Aufsätze geht das? nochmal was? test, test, test oh mein Gott, jetzt klaut er mir auch noch den Kill okay, wir haben zwei wir haben noch Kinetic ich habe keine und oh mein Gott, das ist top SC ja, es wird schwer ich habe noch nicht mal eine gute Stats oh mein Gott, turn on life aber es ist nur die erste Runde es ist nur die erste Runde die erste und wahrscheinlich die letzte nicht spaß okay, einer ist noch top SC jetzt machen wir Kinetic an hab ihn um uns den zu geiern ich habe die Reveal aufgehoben mit der Aufsätze, Digga ich habe im ehrlich zu sein keine Ahnung, wo die spawnen ich bin ich bin Film vor Talon, Digga ich bin 3 vor Drohne, Digga nice bei mir läuft nichts so grad ich habe Talon das Problem ist auch Leute dass wir natürlich die Scheißrunden aufnehmen können weil ich mich jetzt echt anstrengen muss, Digga im Übrigen ist Slandy nicht in der Videobeschreibung und am besten guckt ihr nicht bei ihm vorbei nice, danke Digga eine wirklich nette Geste von dir kein Ding Digga aber da kommt eine Basar hab auch, hab auch, hab auch komm her, komm her ich kann die Talon nicht lenken ich muss ja ein bisschen chillen wir haben übrigens die Stats zum Schluss wir achten nicht nur auf KD wir achten auch auf Punkte pro Minute etc das ist mein Kill was? ich hab Triple Kill gemacht easy Spiel krasseste Block meines Lebens ich bin 1 vor Talon 2 vor Talon oh Digga du machst ja richtig ernst du spawnst Digga, ich find keine Gegner das ist grad mein Problem wenn ich ehrlich bin oh Talon hat mich gerade so den Kill gerettet hab Talon hab Talon er muss recht wir haben schon Gnaden los Leute ich bin scrooflos ok Talon nice oh mein Gott ich sag nichts zu diesem äh Kill ähm das ist auch wie gesagt die erste Runde ich will gar nicht mehr auf den Scoreboard gucken oh mein Gott wenn ich so Angst habe dass du kill machst äh schon wieder was mir gerade eingefallen ist wir können mal so ähm als kleines Feature machen dass wir beide nicht aufs Scoreboard gucken außer ganz zum Schluss Digga das wär so Herd Raser pur man das hab ich mir auch gedacht ok ich weiß das wo sie sind allerdings weiß ich nicht wo die sind ich weiß nicht wo die sind oh mein Gott der hat ne Schwebeladung Digga oh Gott oh Gott ich glaub von den Punktepunknuten müsste ich eigentlich vorne liegen kann sein ich hab das Gefühl dass Landy mehr Kills hat der kleine Schweizer ey ich finde keine Gegner seit 10 Jahren finde ich keine Gegner mehr me too oh mein Gott er tötet mich er tötet mich ich gucke schon wieder aufs Scoreboard das ist bei mir immer so eine Reflexe Digga sorry oh mein Gott ich hab schon wieder geguckt ich hab sie so gespannt äh äh ich hab schon wieder Digga das kann nicht sein ich hab schon wieder aufs Scoreboard geguckt haha haha wenn die mich töten dann beende ich dieses Spiel für immer ich bin der Einzige der stirbt haha ja Leute aber ich hab zum Glück den Vorteil dass man die Stats erst mit Level 8 zieht oder so das heißt ein paar Runden hab ich hier noch oh mein Gott ist der Gegner völlig gelebt was der Gegner war gerade für dich gelebt der ist von mir vorbei geslidet naaaain oh mein Gott ich hab schon wieder geschaut ja eigentlich müsste ich jetzt gewinnen wenn dein Teammate noch ja ich hab gewonnen Digga ich sterbe ich sterbe Digga also ich geh mit ner soliden 2 AKD raus hm den Last Kill gannen wir uns jetzt aber noch schnell nein ich bin Last Kill ja ich hab gewonnen also die erste Runde geht an ihn wir machen aber gerade bei Team Deathmatch 2 Runden auf jeden Fall weil das geht sonst viel zu schnell ähm ja nächste Runde ficken wir ihn ich hatte so Glück bei solchen Situationen das glaubst du gar nicht ich nicht Digga ich war der da so richtig angearscht war man ich war einmal so im Headclitch und ein Gegner kommt von hinten äh ist von mir vorbei geslidet und hat mich nicht geholt man wie dumm war der ok Leute die erste Runde geht unverdient an ihn sowohl bei Punkte pro Minute als auch bei der AKD ja man oh scheiße Digga egal Digga warte kurz Skampi ruft mich an halt ich schnauze ich dachte das wäre irgendwas ernstes ok 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 3,75 ok ich hab schon easy xp hier ich hab easy xp zum Glück den Vorteil dass es nicht um die ersten Runden geht ja dann hast du wirklich gut ja und ich denke mal dass so Sachen wie wer die erste Nuklear macht und so auch so ein bisschen irgendwas bringt ich weiß da noch nicht was aber nevermind wir müssen tatsächlich eine Rangliste machen von den ganzen Statskills alles Tode so was hab ich denn freigeschaltet ich hab auf jeden Fall die VMP hab ich freigeschaltet auf jeden Fall alter Philipp ich weiß nicht ob ich die Cuda spielen soll wir gehen schnell ziehen und Schalldämpfer achso kannst du ihn muten Digga ich auch Digga hast du den Auton ja ich dachte du wärst das alter ok wir haben die VMP aber ohne Aufsätze das ist natürlich semi semi geil würde ich dazu sagen und was soll man machen und was soll man machen für die Cuda haben wir Schalldämpfer auf jeden Fall ich hab genau das klar kannst du auch Schalldämpfern schnell ziehen ja Digga ich auch Kain spiel ich mal nicht Kain hab ich einen Rotpunkt und ich hab mir da Kain nur ein Kill gemacht und dann bin ich sofort gestorben und hab ihn danach auch gewechselt aber ich denk mal Leute wir spielen jetzt mit der VMP auf jeden Fall weil die mit Aufsätzen damit ficken wir alles nachher also VMP ist real auf Skyjacked auf jeden Fall wir sehen hier Slendy auf jeden Fall vor uns ich hab ne Nachricht bekommen von Hate Suchti ich werde die mal nicht öffnen Hate Suchti keine Ahnung achja ich weiß nicht ob ich's gesagt aber wir könnt auf jeden Fall nicht in die Beschreibung schauen weil sein Kanal dort nicht verlinkt ist und ja Jungs ich verlinke euch natürlich K Titan auch nicht weil ich irgendwie keinen Bock auf ihn haben irgendwie auch also gar nicht vorbeischauen oder sondern ihr wisst wie es läuft Mel die krassen Abo Pushes hier unter den 26 Abonnenten easy ne ich glaube er wird wahrscheinlich die runde besser spielen weil er cool da ist wir mit Aufsätzen aber Leute wir müssen das Gesamtbild betrachten indem ich oh Gott hier fast runterfall das wäre echt drüberämlich gewesen Okay, jetzt kommen wir von hinten. Nice, Slendy Cloud und 3 Kills. Ja, ist aber nicht so schlimm, weil wir haben einen. Okay, mein Gott, ich war so One-Shot. Wir müssen hier ein bisschen campen. Ah, Digga, das hat mir so Glück. Okay, schauen wir nicht auf den Scoreboard. Das wird locker spannender. Digga, was mache ich? Ich schaue sofort auf den Scoreboard, was der Scoreboard gesagt hat. Hör auf. Aber ich schaue jetzt nicht auf Scoreboard, Alter. Ich muss jemanden muten. Nice. Oh mein Gott, ich bin so One-Shot, Digga. Oh mein Gott. Ich habe keine Taktikmaske, Digga. Oh, jetzt habe ich das erste Mal nicht auf den Scoreboard geschaut, dass ich gekillt worden bin. Das alleine sollte schon 10 Likes geben, Jungs. Ich weiß nicht, wo sie spawnen, Digga. Ich habe einen Kill, glaube ich. Ich habe einmal die VMP mit dem Schnellfeuer aufgehoben. Was? Drei Leute auf einmal da, Digga. Ich habe auf den Scoreboard schon wieder geguckt, Digga. Es ist schwer, aber... Ich nicht. Ich schaue sie nicht, Mann. Die werden wir jetzt mit dem Nate ficken. Ey, der spielt Schockladung. Alles. Der spielt alles. Wem gehören die Hände abgehoben? Digga, das ist ja eklig, ey. Ich habe vier Kills, Leute. Das kann nicht sein. Aber wir haben eine gute Chance, auf jeden Fall Slamour zu kriegen. Oh mein Gott, da haben wir wieder so einen Timelight. Alter, teammate. Guck, ich skum. Digga, das sind auch die krassesten Mates im Gegnerteam. Ich habe schon wieder auf Scoreboard geguckt, aber ich habe deine Skits nicht gesehen. Also alles easy XP. Nice. Ey, der droppt mich wirklich mit der VMP. Okay. Oh mein Gott, der hat Optik im Zahn-Tag. Wahrscheinlich ein Optik-Member. Oh mein Gott, der ist mir nicht abgegangen. Ey, ich habe ihn geflasht. Du hast den Kill bekommen. Nein! Hinter uns, Digga. Meine Nate killt ihr noch? Oh mein Gott, da war noch ein Life Runner. Nein, ich habe den Scoreboard geguckt. Ich auch, Digga. Es ist egal. Wir versuchen es auf jeden Fall, Leute. Aber das wird, glaube ich, erstmal nicht funktionieren. Dann schieben wir das ein. Sponsive. Zwei. Ich glaube, die spawnen sogar weiterhin dort hinten. Nein, tun sie nicht. Nice. Bester Call von mir. Ich habe nicht so geheilt. Du hast nur eine Kill gezeahlt, Digga. Ich habe nicht so geheilt. Du hast nur so eine Kill gestealt, Digga. Das sieht spannend aus, oh mein Gott. Echt? Oh mein Gott. Appellstorm, Jungs. Sieht gut aus von mir. Oh mein Gott, komm, ich brach die Kills da, ich brach die Kills da. Ich hab den Fall schon anvisiert, da waren noch zwei. Die zwei erholen sollen. Appellern. Scheiße, Leute, aber... Was bringt ihm der Talent, wenn er gegen Killcrash spielen muss? Scheiße, Digga. Er hat viel mehr Kills, oh Leute, das schaffen wir nicht mehr, das schaffen wir nicht mehr. Es sieht übrigens geil aus für mich. Ich weiß es nicht, Leute, ich will ja gar nicht schauen. Wenn ich schaue, dann spiel ich nachher so schlecht. Oh mein Gott, Leute. Es kommt mir vor, als wenn die größten Schwitzer auf einmal im Team Deathmatch unterwegs sind. Mein Gott. Aber wie gesagt, wir spielen mit Aufsätzen. Ich hab echt wieder Skrupulos erreicht. Ich hab echt keine Ahnung, worüber sie kommen. Na, er kommt von hinten schon wieder, Digga. Slendy rasiert wieder alles. Steuerst du die Talern selber? Nein. Ne, ich steuere sie nicht. Aber ich bin jetzt so unnötig gestorben, weil ich meine Hells vorangesetzt habe. Okay, ich hab auf den Skobo geschaut. Ja Digga, ja, no. Immer wenn ich sterbe, schaue ich, dass ich so ne Scheiße angekomme. Turn on, Leute. Oh mein Gott, ich war so im Stronger. Na, drei Leute, so mega weak. Ich hoffe, du kriegst keinen einzigen, Digga. Ich hoffe, du kriegst keinen einzigen. Okay, man sieht, es ist spannend. Ja, ich krieg. Ich bekomme keinen einzigen. Wie konnten wir den? Ich hab auf das Skobo geschaut und deshalb spiel ich jetzt so Scheiße. Ich weiß das ganz genau. Wir holen das zwei weg. Jaaa. Easy XP, danke Slendy für nichts. Oh mein Gott. Hä, was war das? Spielst du Sperr, was? Nein. Ich hab eine Granate, Digga. Oh, schau. Ich hab den gleichen Kills, Digga. Und gleich viele Kills, oh mein Gott. Nein! Er war doch. Nee, du bekommst den. Nein. Nein, Digga. Egal. Er hat. Oh mein Gott. Noch die Führung. Oh mein Gott, Jungs. Aber, es waren nur die ersten zwei Runden. Lass auf jeden Fall einen Like da bei beiden Videos, Mann. Ja, eigentlich nur bei meinen, das reicht mir schon. Spaß. Abonniert auf gar keinen Fall Kill Crown. Lass auf gar keinen Fall einen Dislike da. Alter, das kann doch nicht sein, Digga. Okay, das nächste Mal gewinnen wir safe. Das ist so knapp. Das ist so knapp, ja. Lass einen Like da und ich würde sagen, bei 1000 Likes kommt die nächste Folge. Mäh. Spaß. Ne, das wird jetzt eine neue Serie. Wir wissen noch nicht, wie wir die nennen. Aber das seht ihr am Titel und, ähm. Ja. Ich hab das Gefühl, Kieran, dass wir übers schwitzen müssen. Ja, man. Schreibt in die Kommentare, falls ihr Bock habt. Und das ihr überhaupt gesehen habt bis zum Ende. Wer die nächste Folge gewinnt Und Jo Hast du noch was zu sagen, du hast, Digga? Ah, das war auf jeden Fall Viel Spaß, Leute Schreibt es in den Kommentaren, ob es euch gefallen hat Lasst auf jeden Fall ein Like da Schabackieren vorbei Das haben wir schon tausendmal gesagt, Digga Ja klar, Digga Folgt mir auf Instagram, Twitter, Facebook Und Wie auch immer Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal Und der Lacker ist schon wieder bei 6, ich hasse seine Mutter Okay, tschüss, bis Genau, Jungs